Hallo, ich bin Alenna, Sängerin der Band Lenna und für mich geht heute ein kleiner Kindheitstraum in der Film, denn ich bin heute nachts im Museum, ganz alleine im Universum, aber euch nehme ich mit, Taschendammel nehmen wir auch mit und dann gucken wir, was wir so schönes finden. So, jetzt sind wir drinnen und ich muss sagen, man erkennt zwar alles, aber dadurch, dass hier wirklich niemand ist und es ist stockduster, das ist schon ein bisschen spooky-Feeling, aber ich freue mich schon mal ein bisschen zu erkunden, was ich hier so finde. Hier gibt es echt so viel zu sehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wenn ich das da hinten richtig sehe, habe ich, glaube ich, einen guten Start für uns. Genug gespielt, wir waren jetzt hier gerade im Bereich Technik und legen jetzt eine Etage höher zum Bereich Mensch. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, ihr redet irgendwie mit eurer Mama, eurem besten Freund oder eurem Partner und wollt nochmal eben schnell eine kleine SMS schreiben. Und am Ende guckt ihr euch das an und denkt euch, was habe ich da eigentlich geschrieben? Ja, Multitasking ist eben nicht so einfach. Und wie schwierig das tatsächlich ist, das sehen wir bei unserem nächsten. Und zwar werden wir jetzt hier probieren, wie gut ich ein Multitasking bin. Ich mache das erstmal ohne irgendwas anderes und bei der Hälfte fange ich an, meinen Namenrhythmus zu bestabieren. Und dann gucken wir mal, wie gut ich das hinbekomme. A, N, N, Mist. So schwierig ist das eben. Wir haben ja schon eine ganze Menge entdeckt hier im Bereich Mensch und im Bereich Technik, aber wir sind noch nicht fertig, denn jetzt geht es ganz nach oben in den Bereich Natur. Hier ganz oben im Universum geht es um die ganze Vielfalt der Natur. Und ich glaube den Bereich da hinten, den kenne ich schon. Und da haben wir mit unserer Band letztens eine Session aufgenommen, die auch ganz bald kommt. Guckt da gerne rein. Aber weil ich das jetzt schon kenne, gehen wir lieber in diese Richtung. Blitze kommen ja ziemlich plötzlich und schnell. Und so schnell sind sie leider auch wieder weg. Aber hier bei der Plasmakugel können wir diese Blitze sogar beeinflussen. Tja, und so schnell ist meine Nacht hier allein im Universum auch leider schon wieder vorbei. Wir haben eine ganze Menge entdeckt, aber ich kann euch sagen, es gibt noch viel, viel mehr. Deswegen kommt doch einfach vorbei und bis dahin bleibt neugierig. Danke, Alena, für deinen Besuch im Universum. Toll, dass du da warst. Ich freue mich auch schon auf die anderen Gäste und ihren Forschergeist.